Halli, hallo, hallöchen! Zurück zu The Deck und nachdem wir das letzte Mal ein bisschen rumgelatscht sind... Sorry, es tut mir so leid. ...habe ich gedacht, um mich zurückerinnern, dass doch da irgendwo noch dieser blöde Tunnel war und dann hatten wir so einen Kristall und den haben wir nicht mitgenommen, oder? Also hier unten, oh Gott, in meinem Hassbereich des Spiels. Ich würde mal sagen, der nimmt mal mit. So, und jetzt weiß ich wieder nicht weiter. Keine Ahnung. Gehen wir halt. Ach, wir haben freie Auswahl. Das ist eine Kruftbahn. Kartenbahn, da wieder rein. Von mir aus. Ähm, ah. Das können wir immer noch nicht schärb kürzen. Also langsam wird es richtig, richtig schwer. Okay. Und ich habe so das Gefühl, das wird noch schwerer. Da hatten wir ja den Brink getroffen. Oder? War doch hier gewesen. Okay. Oh. Nein, das war doch nicht hier gewesen. Das war anders. Och nein, nicht schon wieder. Welchen nehmen wir? Nehmen wir den. Okay, dann stimmt das erste schon mal. Und das sind zwei gleich blaue. Ich hasse das. Das mache ich nicht gerne, ja. Das war wahrscheinlich das falsche blaue. Da muss ich nochmal nachgucken. Ich habe jetzt irgendeinen Stein genommen. Ich weiß es nicht mehr. Was das gewesen ist. Müsste noch eine Zacke nach oben gehen, ne? So. So. Und bei dem Grün weiß ich nicht mehr. Werden wir sehen. Weiß nicht. Was war es denn bei dem Grün? Ach, Mist. Was war es denn bei dem Grün? Ja, auch so. Okay. So. Ah, tut sie was. Ein tolles System. Man braucht die Karte nicht einmal mehr zusammenzufalten, wenn man fertig ist. Also hat es mit der Gruft doch mehr auf sich, als ich dachte. Ja, bei der Gruft müssen wir irgendwas noch machen. Okay. Und wenn wir jetzt bei dem anderen noch gucken. Ich hatte den benutzt. Dann probieren wir den noch aus. Das ist... Oh, das hasse ich, wenn sie so gleichfarbig sind. So. 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 Jetzt hatte ich nur die ersten beiden angeguckt. Also zu der Gruft müssen wir auf jeden Fall wieder. Grün und... Es ist gut zu wissen. War das das? Ich weiß. Ne, das war das Aufrechte. Aber ich gucke doch nochmal. Okay, und das war dasselbe wie das erste, oder? Gucken wir mal. Und... Ja, gut. Also die Gruft und das... Kommt uns das bekannt vor? Irgendwie nicht. Ja, hat er jetzt auch keinen Kommentar dazu abgelassen. Na gut, dann... Würde ich mal sagen... Die Gruft, ne? Was ist denn das hier eigentlich? Da müssen wir auch noch eine Lichtbrücke machen, ne? Nur ein bisschen justieren. Ja, dann justiere es besser, lieber. Okay, ich muss es vielleicht noch ein wenig justieren. Ja, dann probieren wir es mal so nochmal. Und? Noch eine kaputte Lichtbrücke. Funktioniert immer noch nicht. Da muss irgendetwas im Kontrollpult kaputt sein. Im Kontrollpult ist da was kaputt. Und da ist eine Klappe. Aha. Ach du Kacke. Oh mein Gott! Was soll das? Aha. Alright. Ich hab keine Ahnung. Oh, wow, wow. Das ist Trial and Arrow, Freunde. Ich bräuchte jetzt ein bisschen Glück. Okay, wenn ich das so mache... Oh, oh. Das kann sich nur um Stunden handeln, ihr Lieben. Es tut mir leid. Das war falsch justiert wahrscheinlich. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir wohl alles erleuchtet bekommen. Okay, dann müssen wir das so... Aha, okay. Und der da, der muss sich auch ein bisschen umdrehen. Ne, dann geht eine Lichtbrücke ins Aus. Das ist nicht so klug. So muss der sein. Oder auch nicht. Ja. So ist schon besser. Okay. Jetzt fehlen uns hier nur noch welche. Der muss... Das ist doch mal nicht schlecht. Okay, jetzt weiß ich, glaube ich, wie es funktioniert. So. Haben wir jetzt alle? Jetzt haben wir alle erleuchtet, oder? Aber noch nicht alle miteinander verbunden wahrscheinlich. Oh Gott, was habe ich gemacht? Wieso habe ich das jetzt angeklickt? Das war doch ganz gut so. Okay. Vielleicht doch ein bisschen falsch. Und was müssen wir miteinander verbinden? So vielleicht. Und das Grüne da? Nein. 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 Ich hau da mal jetzt hier auch nochmal rein. So, das ist doch ganz nett. Jetzt bräuchten wir... Da ist einer doppelt gemoppelt. Nee, der muss so... Dass der vielleicht da rauf scheint... Nee, macht er eh nicht. Scheiße! Wie geht dat? Dat dat blödes Rätsel. Dat. Sau doofes Rätsel. So. Und jetzt? Ja. Dat dat scheiße. Müssen wir alle zum Leuchten bringen. Jetzt haben wir hier auch welche zum Leuchten gebracht. Aber es sind die falschen. Das ist Shirland Arrow, Freunde. Das ist... Will schissen ist das. Okay. Nicht verzagen. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Auch wenn ich keine Ahnung habe wie. Aber wir kriegen das irgendwie hin. Wir müssen ja... Okay, das war falsch. Okay. So. Ist schon mal gut. Aber hier stimmt's nicht ganz. Nein, da will nicht stimme. Das sieht doch gut aus. Ah. Nicht so gut, wie ich gerne hätte, dass es aussieht. Denn jetzt sind die beiden wieder. Das ist gut. Jetzt fehlt noch einer. Einer fehlt noch. Ja, einer fehlt noch. Und welcher ist das? Es ist bestimmt nur ein Klick entfernt jetzt. Okay, einer fehlt noch. Der wahrscheinlich. So. Nein, scheiße. Was habe ich jetzt gemacht? Das war jetzt echt mal wieder typisch bescheuert. Jetzt habe ich das Ganze jetzt... Ach, Leute. Wer denkt sich solche Rätsel aus? Jetzt frage ich mich da. Das ist so bescheuert. So. Dummes Rätsel. Total bescheuertes Rätsel. Wir haben auch eh keine Zeit mehr. Und ich gehe nicht davon aus, dass ich das jetzt noch löse. so auf die Schnelle, so... Jetzt hätten wir die schon mal, aber jetzt haben wir die andere nicht. Das ist auch kacke. Warum haben wir jetzt die andere nicht? Hat das Ding irgendeine Logik hier? Die Logik ist, dass es keine Logik hat. Wir müssen das so justieren. Okay, bei dem weiß ich nicht, wie. Aber bei dem bin ich mir sicher, dass es so falsch ist. Da bin ich mir nicht sicher, ob so rum oder so rum. Ja. So. Okay. So ist gut. Nein, so ist... Ach, Mist! Muss ich auch noch merken, wie man das macht. Nein. So, gehen wir mal hier von aus. Nichts gut. Nichts gut. Gehen wir mal so von aus. Na? Reuchten wir mal rum. Die Zeit ist auch vorbei, Freunde. Ich werde an dieser Stelle Stopp machen. Bis dann. noch mal im Ziel, was passiert. Ja. Vielen Dank.